heyo leute und willkommen zu einer neuen folge und ich muss gleich mal anmerken es ist schon nachts 10 uhr abends und irgendwie wollte ich jetzt nicht pvp anstellen ich habe jetzt gerade keinen bock drauf irgendwie dachte mir so okay du musst mal wieder aber ich habe gerade echt keinen bock und ich glaube müsste wahrscheinlich noch eine halbe stunden bis um halb zwölf oder zwölf waren bis da bis ich da vernünftig spielen könnte wegen meiner leitung und ich wollte hier auch einigermaßen was schaffen ich wollte mal ansprechen ich weiß noch nicht inwieweit ich bis play weitermacher also bis folge 50 wollte schon noch aber inwieweit ich da jetzt mache weiß ich wann ich jetzt weitermache weiß ich noch nicht so dann machen wir jetzt mal ein paar ziegelsteine acht stück okay kann vielleicht gleich mal hier verbauen oder so wie wäre es mit mit hier so das sieht gar nicht schlecht aus vielleicht kann man hier eine treppe hin machen dann müssen wir so erstmal das mit der minecart noch ausprobieren und dann mal gucken okay mal sehen wir könnten das hier aber das will ich eigentlich so lassen dann mache ich hier noch die vier anderen weg so hier weiß ich noch gar nicht was dahin kommt in die warte halle oder was ich hatte noch das hier ich kann ja das hier mal weg machen so dann kommt hier noch eine bahnstrecke hin und dann kommt hier wieder stein so hier weiter dass man ein bisschen eine vorstellung haben hier hier oben auch einfach ein auf so das sieht ganz gut aus so nein ich wollte in keller und zwar will ich mich der jetzt mal um die zweite ebene vom von der farm machen efficiency 2 und breaking okay wir brauchen halbstufen die wir gerade verbaut haben aber wir haben ja hier sind die anderen die in der kiste waren hier und sonst brauchen wir noch ein wasser eimer vielleicht aber wir haben sowieso dann nicht muss also wir glaube ich noch mal loslaufen weil ähm das ist ja sowieso nicht funktioniert ähm so wollte ich es machen ein wasserloch hatte ich nicht ein wasserloch hier hm hoch da so 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 leute jetzt gibt es eher ein bisschen licht hier reinbringen ins dunkle so und ausleuchten hier ich hoffe es reicht obwohl wir müssen ja hier runter ne puh oh man 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 so 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 jetzt sollte ich eigentlich nicht spawnen okay das war ja der fail den ich nicht haben wollte so machen wir so ja jetzt weiß ich nicht so recht ähm wie wie bin ich da einfach runter geschwommen eins zwei drei hier ein zombie okay hier waren wir noch nicht fertig ich sehe es schon äh ich weiß jetzt oh fuck wie tief muss das nochmal ist das schon vorgegeben? bestimmt okay also weiter graben ähm oh komm mal hier ist Eisen den hole ich mir so ähm dann würde ich sagen in die Richtung müssen wir nochmal zählen wie viel sind es denn hier? eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht okay macht Sinn aber wo ist denn der zombie mensch? ähm warte jetzt vier fünf sechs ähm sieben und acht schwede Eisen jetzt müssen wir hier oben auch noch ausheben ähm drei hoch okay so ich hoffe dass ich dann vielleicht wissen es äh obwohl wo ist denn der zombie mensch? der ist links von mir äh rechts von mir was ist denn da? der ist eigentlich nur die Climbfarm glaube ich so und dann muss hier der Leer hin ich möchte mal kurz hier eben hoch bauen so und dann kommen hier die Pads drauf da muss ich selber mal kurz gucken so würde ich sagen und ja so da zählen wir wie viel Zeit haben wir denn noch? sechs Minuten ja den Wasserflow dann muss ich mir das nochmal alle angucken weil da ähm ähm weil das ähm nicht kann gar nicht so einfach als irgendwas mit Schildern und schon alles wieder vergessen naja jetzt werden wir erstmal hier bei und dann mal sehen so das hätten wir wir müssten hier noch die ganzen Reihen weg machen wir können hier vielleicht schon die Dings setzen so das und hier den hier muss es wieder runter so vielleicht mach ich nur so die jetzt die eine zwei drei Plattformen hier und dann mal sehen ähm so es ist ziemlich viel Steinarbeit finde ich aber das sollte ich mal mit einem Schnelldurchlauf durchgehen oder so ja es geht so nicht so es geht relativ schnell finde ich glaube ich mit der Spitzacke ähm was könnten wir denn sonst noch machen können ja mal die Schafe scheren so ich mach erstmal Licht hier Licht ja ich hab grad einen Horrorfilm geguckt da ging es darum dass das so eine Zahnfee ist und die jeden killt der heißt Darkness Folster Film hab ich schon öfter mal geguckt und ich finde den relativ geiler als Horrorfilm aber äh ja soll man irgendwie ins Licht gehen damit die die in der Dunkelheit die Zahl für einen nicht umbringen kann ja könnte mich für verrückt halten jetzt aber okay so ich mach mal eben ein Fackelchen so oh die Spitzacke ist bald kaputt so 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 eben zack äh dirt na oder Kabel so dann müsste ich mir jetzt eine neue Spitzacke holen ne 19 Durability wie viel haben wir denn mit einem Schlag okay ich glaube nicht dass das noch reicht 14 13 das müssten ja jetzt ja 12 sein oder 3 11 alter so so jetzt sind wir bei 8 okay mehr will ich auch nicht machen so dann baue ich das mal kurz hier zu so ähm ja so zack ich mach hier doch mal Stein rein und ja dann haben wir die zwei Patch schon mal fertig gut ja dann bin ich sehr zu viel mit hier müssen wir nochmal gucken in der Höhe da weiß ich jetzt grad nicht wie es weiter geht wieso hab ich denn immer ein Zombie komisch wo ist der denn da so jetzt schauen wir mal hier hin hier durch zack zack so jetzt Zombie ich gucke mal wo du bist also auch ich hä hm so zwei Minuten haben wir noch vielleicht kann man noch irgendwas schaffen vielleicht die Ziegelsteine ja okay ähm vielleicht kann man auch schon ein paar Gleise noch verlegen ähm ich mach mal eben noch ein paar Ziegel sieben so viele brauche ich ja eigentlich gar nicht ne so ähm dann mach ich hier jetzt mal Ziegelkiste passt doch so ach guck hier sind ne es sind andere noch mehr Steine die ich mal nicht brauche so so und ja das war es schon wieder wo ist dieser blöde Zombie denn mit ähm ich tu die einfach mal weg Melone so ähm ich wollte die Ziegel würde ich sagen nein nicht mit der Spitzsack okay wir wir haben bald keine Spitzsacken mehr ne ist hier noch eine verzauberte ne guck mal hier die gute alte Wulspitzsacki ach ist schon frei okay dann machen wir die mal hier weg da die noch und die noch ich sollte mir lieber Dings holen ähm die Gleisen ja doch das sieht geil aus habt ihr gut entschieden dann werde ich jetzt mal hier eine Wand hinziehen oder so und Holz brauchen wir zack das schaffen wir vielleicht noch Holz und ne ähm weißt du was ich gleich mach das mal mit einem anderen Holz und Stein so so okay dann machen wir die mal eben hier raus und da geht gleich mein Wecker los so vorher abgestellt so machen wir jetzt hier einfach ähm Dings rein äh äh Holz das ist hier so der Wartebereich wo man sitzen kann und rum chillen kann bis der bis der Minecraft bereit ist ähm so wo haben wir jetzt hier da ist Stein so 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 ich nehme die Löcher stoppen und dann der weg bis da vorne noch und dann mal sehen so so die auch noch hier unten zack und sorry ich habe äh gerade von Mark erst den Kommentar gelesen mein letztes Video war wohl um die halbe Stunde obwohl es eigentlich nur 16 Minuten 25 aufgenommen habe ähm da habe ich wohl beim Rendern irgendwas falsch gemacht deswegen war da war das der Rest dann blau äh blau schwarz so äh äh ja das sieht doch gut aus so wir haben was haben wir denn für Stationen wir haben das Dorf Hotel ähm ja naja kann ich ja dann irgendwann erweitern hier ne das ist da irgendwo so doch sieht schon geil aus habt ihr gut gemacht habt ihr mich gut ähm gut beraten so ich mach mal hier voll ja doch 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 das kann man so lasten glaube ich ähm komm darf ich nicht sagen das war es euch schon für die Folge Dankeschön fürs Reinschauen ich hoffe sie hat euch gefallen obwohl ich kann aber kurz eben das kann ich mir nicht mit angucken hier jedes Mal okay hier muss auch noch Stein rein so ich weiß ja gar nicht was ich hier so mache aber ich glaube ich mach hier einen auch so doch hat Style und dann uch so äh okay so okay fail zack komm zack so und dann hier oben nach in ich will die gar nicht immer so weit zack so gut das kann man einigermaßen jetzt verkraften hier den Rest oben müssen wir nochmal gucken hier denn hier ist auch noch so was freies hä wieso bräuchte ich das denn nie zu da kommt bestimmt eine Leitung hin oder so aber aber jetzt äh geht das auch so so okay das war fail aber gut so hier müssen wir gucken hier weiß ich jetzt auch nicht wie ich das mache und ja so und dann würde ich sagen das war's für die Folge ich hoffe sie hat euch von haut rein bis zum nächsten Mal tschau so 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 so